Ja mo mo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem neuen Entscheidungsvideo auf meinem Kanal, denn heute geht es wieder darum, was ich jetzt nicht so spielen soll. Zuletzt haben wir 7 Days to Die gespielt, 50 plus Folgen, weil ich irgendwas verkackt habe zwischendurch. Naja, jedenfalls vorab nochmal, wenn ihr auch mal ein Spiel in die Runde werfen wollt, denn ich nehme das Ganze ja immer von Discord. Auf Discord frage ich immer, was ich spielen soll, dann hauen mal meine Zuschauer da halt ein paar Spiele rein, davon picke ich 5 Stück raus, beziehungsweise 4 Stück, ein Spiel ist von mir, das könnt ihr gerne mal wieder raten, was für mir ist. Und dann wird abgestimmt, wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann kommt einfach auf meinen Discord, Link ist unten in der Beschreibung, klickt darauf und wenn ihr Discord habt, kommt ihr direkt auf meinen Channel und könnt ihr da mit den anderen schreiben. Soviel dazu. Naja, wir kommen dazu zu den Spielen, die wir dieses Mal haben. Ihr dürft entscheiden, welcher dieser 5 Spiele genommen wird. Und zwar haben wir in der Auswahl die Gothic-Reihe. Wer, wem die Gothic-Reihe nichts sagt, unten in der Beschreibung findet ihr auch alle Trader zu den Spielen, die ich hier erwähne. Wir haben Pixel-Dungeon, wo ich vermutlich irgendwie nur 10 Folgen machen kann. Ich weiß nicht, muss ich mir angucken, wenn ich im Spiel bin, sollte es gewählt werden. Dann haben wir Ark Staffel 2 mit Reggie zusammen, das heißt, da ist es ein Let's Play Together. Wir haben Subnautica, das haben wir schon mal gespielt im Stream, das heißt, ich kenne es schon ein bisschen. Und wir haben Poly Bridge, das ist ein Brückenbau-Simulator. Also, hier taucht jetzt ein kleines I auf mit den 5 Namen dieser Spiele. Ihr klickt auf das, was ihr haben wollt und davon gibt es dann von 10 bis 50 Folgen irgendwie um den Dreh, gibt es dann Videos. Und wie gesagt, wenn ihr auch mal ein Spiel reinwerfen wollt, wenn ihr euch denkt, Zero, spiel doch mal, das gibt's jetzt nicht, ich mach mal ganz kurz auf Steam gucken, spiel mal Chaos auf Deponia oder Deponia allgemein, die Reihe, dann könnt ihr das auf Discord machen. Das ist auch die einzige Möglichkeit, mir zu sagen, dass ich was spielen möchte, kann, wollen, möchte, wie auch immer. Weil in den YouTube-Kommentaren wird das immer sehr verachtet, nicht von mir, von anderen. Mir ist das herzlich egal, ich sage einfach, ja, nein, vielleicht, mal gucken. Da entscheidet halt nicht die Community, hier entscheidet die Community und ihr dürft das heute machen. Ich rede immer wieder zu viel, ne? Wie gesagt, sucht euch jetzt dieser 5 Spiele aus und wir sehen uns am Montag bei dem Spiel wieder. Das Ganze läuft bis morgen. 20 Uhr. 20 Uhr klingt gut. Sonntag, 20 Uhr, der 29.04.2018. Haut rein, euer Zero. Tschüss.